Inmitten von funkelnden Flüssen und majestätischen Bergen lebten in Elandria Mensch und Tier in perfekter Harmonie. Während Wölfe... So, hello again und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du aus einem Video einen Blogbeitrag oder grundsätzlich einen Text mit ChatGPT schreiben lassen kannst. Dieses Video habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme vor gut einer Stunde veröffentlicht. Und ja, das eignet sich einfach gut, um hier einen Blogbeitrag noch daraus schreiben zu lassen, um gegebenenfalls noch Suchtraffic von Google oder Bing mitzunehmen. Das heißt, das Ziel ist im Prinzip, dass Leute, die jetzt bei Google nach Video mit ChatGPT erstellen oder ähnlich suchen, diesen Beitrag dann finden. Und ja, die Voraussetzung ist natürlich immer, dass Google einen dann auch platziert. Genau, dafür starten wir hier in der Bezahlversion ChatGPT 4 und wählen hier die Plugins. Das ist die Voraussetzung, dass du Videos auslesen kannst, weil ChatGPT hat ja jetzt noch keinen Zugriff aufs Internet. Dafür nehmen wir meinen Lieblings-Plugin VoxScript. Damit kannst du nämlich auf Videos und generell das Internet zugreifen. So, dann brauchen wir hier einmal diesen Link. Ihr könnt das Video natürlich auch gerne teilen, bin ich sehr dankbar. So, und dann schreiben wir unseren Prompt. So, hier haben wir einmal meinen Prompt. Lies mein YouTube-Video mit dem aktivierten Plugin VoxScript aus. Dann den Link zum Video. Ich möchte, dass du einen Blogbeitrag für meine Website zu diesem Video schreibst. Schreibe ihn aus der Ich-Perspektive und du zu den Leser. Weise in der Einleitung darauf hin, dass der Leser sich gerne das Video anschauen kann. Das Video wird eingebettet. Ändere den Text so ab, dass nicht mehr der Zuschauer des Videos angesprochen wird, sondern der Leser des Blogartikels. SEO optimiere den Text und füge sinnvolle Zwischenüberschriften hinzu. Markiere wichtige Wörter fett. Schreibe ihn in einem freundlichen und informativen Stil und passe ihn ungefähr an meinen Stil aus dem Video an. So, das schicken wir ab. Und dann muss er als erste Aktion eigentlich hier das Video auslesen. Genau, das macht er auch. Okay, er zieht sich jetzt die englischen Untertitel. Ich versetze die Videos nämlich alle mit Untertiteln, aber das ist kein Problem. Genau, und hier geht er dann quasi Step für Step durch. Und ja, gibt mir einen Blogartikel, den ich dann ähnlich einfügen kann. Natürlich sollte man den Text vorher nochmal kontrollieren, aber hier zum Beispiel würde ich dann auch einfach den YouTube-Kanal verlinken, da ich mir ja damals dort auch die Informationen geholt habe. Genau, und Ehre, wem Ehre gebührt. Genau, dann habe ich noch geschrieben, erstelle mir einen Titel mit maximal 60 Zeichen und eine Meta-Beschreibung mit maximal 160 Zeichen für WordPress. Von Panorama-Bildern zu Videos, Chat-GPT-Anleitung. Ja, das finde ich schon gar nicht schlecht. Das können wir dann hier einfach einfügen. Entdecke, wie du mit Chat-GPT und Panorama-Bildern beeindruckende Videos erstellst, Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive. Ja, passt. So, ich habe jetzt einfach den Titel nochmal umgeschrieben, in Video mit Chat-GPT aus Panorama-Bildern erstellen. So, genau, ich habe dann hier meine Vorlage. Dann kann ich das einfach hier dementsprechend anpassen. Hier kann ich dann das Video einfügen. Dann haben wir hier das Aktuelle. Hier ist das Inhaltsverzeichnis. Und genau, jetzt kann ich hier Step-by-Step die Dinge abändern. So, hier, das eignet sich zum Beispiel für eine interne Verlinkung. So, genau, dann haben wir da eine Verlinkung, das ist auch nicht verkehrt, wenn sie Sinn ergibt. Genau, hier haben wir den YouTube-Kanal, den setze ich dann einfach hier als Link ein. So, und so haben wir einen kurzen und knackigen Blog-Beitrag geschrieben. Der ist natürlich jetzt nicht super optimiert, aber das reicht vollkommen aus für das, was es ist. Na, dann wird er hier angezeigt als neuer Blog. Und auch bei Chat-GPT wird er dann, weil er in diese Kategorie passt, auch angezeigt. Na, und so baut man dann auch ein bisschen Relevanz auf. Und genau, so, ich zeige dir jetzt noch zwei Varianten, wie du es kostenlos machen kannst. Dafür musst du wieder auf das Video deiner Wahl. Und genau, dann nimmst du die Chromerweiterung Hapa.ai. Wir nehmen wieder den Prompt von gerade. Setzen das so ein, nur mit dem Unterschied, dass wir hier den Link nicht brauchen. Genau, hier lassen wir einfach nur das Lies-Mein-YouTube-Video aus. Beziehungsweise ich nehme den Text hier nochmal raus. Gehe jetzt erstmal hier auf Video. So, Video, Summary. Dann kannst du hier auf die drei Punkte gehen. Oder beziehungsweise jetzt den Prompt eingeben und dann auf den File. Und dann bezieht er sich nämlich auf das Video, das hier geöffnet ist. Genau, und hier wird dann auch der Text geschrieben. Nur, das ist dann eine Variante, wie du es kostenlos machen kannst. Du kannst dann hier auch einstellen, dass du GPT-4 haben willst. Oder eben 3.5. Ich empfehle immer GPT-4. Das ist einfach das bessere Ergebnis. Genau, so, das ist eine Möglichkeit. Und dann haben wir als zweite Möglichkeit hier die Möglichkeit, den Transkript anzuzeigen. Dafür sollte aber auch einer hinterlegt sein, dann funktioniert es besser. Sonst hast du nämlich nur die automatisch generierten von YouTube. Was aber normalerweise auch schon ausreicht, um den Kontext zu verstehen. Genau, dann kannst du den hier kopieren. Beziehungsweise kannst du hier erstmal die Zeitstempel ausblenden lassen. Und dann kopierst du den einfach komplett. Und angenommen, du hast jetzt die Gratis-Version, dann kannst du ja nur Zugriff auf 3.5. Genau, dann gibst du hier unten einmal den kompletten Skript ein. Genau, du gibst dann oben drüber nochmal den Prompt ein. Löschst aber den ersten Teil, der sich auf das Video bezieht. So, und dann schreibst du einfach, ich möchte, dass du einen Blogbeitrag für meine Website aus folgendem Skript schreibst. So, und dann lässt du es nicht so stehen, sondern machst hier vor dem Skript drei Rauten und hinter dem Skript drei Rauten, damit ChatGPT genau weiß, was du mit folgendem Skript meinst. Das ist dann einfach das Zeichen dafür, dass er sich auf diesen Text beziehen soll. So, schicken wir einmal mal ab. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, und du siehst, das wird hier einfach rausgefeuert, als wäre es nichts. In der Gratis-Version geht das nicht so schnell, aber im Endeffekt, hör mal, das ist auch komplett ausreichend. Also, wenn du jetzt einen eigenen Blog hast, kannst du auch ganz entspannt mit ChatGPT 3.5 arbeiten. Und, ja, aber so kannst du auf jeden Fall aus Videos direkt einen Blogbeitrag schreiben lassen. So, den und alle anderen Prompts findest du wie immer hier in der ChatGPT-Promptliste. Hier füge ich dir alle Prompts mit Erklärung hinzu, die du einfach kopieren und für dich einsetzen kannst. Genau, wenn du Fragen dazu hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten auch gerne Feedback da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.